Hi, heute habe ich was für dich, das verwende ich beruflich oft und das entspannt dich extrem, das Babyrollen. Wenn du mehr wissen willst, bleib dran. So, jetzt einmal kurz eine Erklärung. Babys sind ja so richtige Wonneproppen und auch Kleinkinder und, naja, auch die größeren Kleinkinder, so von drei bis sechs. Und auch darüber hinaus, die lieben es einfach auf dem Boden zu toben und zu rollen. Und wenn die mal so richtig kaputt sind und nicht mehr können, was machen die? Die gehen auf den Boden. Die sind dann nicht wie Erwachsene und hauen sich von Netflix auf den Fernsehsessel. Nee, die hauen sich auf den Boden. Und ich will dir gleich zeigen, wie du das auch kannst und wie dich das entspannen wird. Und wenn dich das interessiert, dann vielen Dank, dass du bis jetzt so weit dran geblieben bist. Lass mir doch vielleicht mal ein Abo da, dann verpasst du nichts von solchen Videos. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, ein Like. Jetzt gehen wir auf die Matte und ich zeige dir, wie du richtig dich gut entspannen kannst. Wie ein Baby. Komm am Anfang auf deine Matte und spürst mal in dich rein, wie du heute so am Boden angekommen bist. Ich habe ja gesagt, die Kinder liegen gerne am Boden. Wir Erwachsenen machen das wirklich selten. Da nehme ich mich jetzt mal aus. Ich bin ziemlich viel am Boden. Aber das ist ja auch irgendwie so mein Hobby und mein, ja, angenehmstes Gefühl irgendwie. Vielleicht kann ich dich ja mit in dieses Gefühl mal nehmen. Und roll vielleicht ein bisschen deinen Kopf von links nach rechts und... Und schau, in welche Richtung würdest du dich jetzt am liebsten rollen, wenn ich von dir möchte, dass du dich rollst. Oder sagen wir, du möchtest etwas neben dir greifen oder du möchtest aus dem Weg rollen, weil vielleicht etwas Gefährliches auf dich zukommt. Ein nicht ganz so entspannender Gedanke, aber... Ja, und dann probierst du das einfach mal aus, dich auf deine linke oder rechte Seite zu rollen. Das, was für dich sich jetzt am besten anfühlt. Und dann rollst du auf die andere Seite. Und... Ja, wie machst du das? Wie rollst du dich von deiner linken auf deine rechte Seite oder von deiner rechten auf deine linke Seite? Probier mal ein, zwei Versionen aus. Wie kannst du das machen? Sind deine Beine und Arme lang oder sind sie angezogen, wenn du auf der Seite ankommst? Und rollt alles von dir mit. Und dann kommst du zurück zur Mitte und machst mal eine Pause. Und dann stellst du deine Beine auf und kommst mit deinen Knien in Richtung Brust. Und deine Ellbogen, die hebst du so, dass sie Richtung Zimmerdecke zeigen. Deine Hände hängen so ein bisschen Richtung Gesicht. Und du bist, ja, so gebeugt in einer gebeugten Haltung wie ein Baby. Knie über der Brust, Ellbogen Richtung Zimmerdecke, Hände hängen so Richtung Kopf. Und dann fängst du an, ganz leicht von links nach rechts zu rollen. Nicht gleich auf die Seite, sondern nur ein bisschen von links nach rechts. Und wie machst du das? Wie rollst du von links nach rechts? Fühlt es sich leichter an, nach links zu rollen? Oder fühlt es sich leichter an, nach rechts zu rollen? Und vielleicht kannst du das ja leichter gestalten, wenn deine Augen die Bewegung beginnen. Du musst die Augen nicht offen haben, aber deine Augen gehen mal zuerst in die Richtung, wo du hinrollen möchtest. Und was macht das dann mit der Bewegung? Du rollst hier wie ein Baby. Und vielleicht willst du ja, wie ein Baby, ein Spielzeug neben dir greifen. Und ja, wie würdest du das machen? Von links nach rechts rollen? Neben dir liegt ein Spielzeug. Wie würdest du rollen, um ein Spielzeug neben dir zu greifen? Du greifst sozusagen mit einer Hand neben dich. Du verlängerst deinen Arm ein bisschen, vielleicht zur Seite. Je nachdem, wo du dir vorstellst, wo das Spielzeug liegt, verändert das Greifen ein bisschen dein Rollen. Und dann mach eine Pause. Mach Arm und Beine lang ausgestreckt. Leg dich gemütlich auf deine Matte. Deine Arme liegen neben deinem Oberkörper ausgestreckt. Deine Hände zeigen Richtung Mattenende. Deinen rechten Arm, den lässt du jetzt am Boden gleiten Richtung Kopf. Und ja, wie würdest du den Arm weiter gleiten, wenn du jetzt auf deine linke Seite rollen willst? Dein rechter Arm gleitet in Richtung Kopf und darüber hinaus immer am Boden. Und was muss dein rechtes Bein machen, damit du auf deine linke Seite rollen kannst? Probier das mal aus. Der rechte Arm gleitet am Boden entlang. Und das rechte Bein muss sich irgendwie bewegen, damit du auf deine linke Seite kommst. Und um zurückzukommen, gleitest du mit dem rechten Arm über Kopf. Wieder so, dass du auf deinem Rücken landest. Und dann machen wir das gleiche mit dem linken Arm zur anderen Seite. Das heißt, du lässt deinen linken Arm über Kopf gleiten und dein linkes Bein macht eine Bewegung und du kommst auf deine rechte Seite. Und so rollst du jetzt von deiner rechten auf deine linke Seite hin und her. Du spielst einfach ein bisschen mit der Bewegung herum und rollst von deiner linken Seite auf deine rechte Seite und von deiner rechten Seite auf deine linke Seite. Und versuchst das Ganze sanfter und glatter und entspannter zu gestalten. Du kannst dein Tempo verändern. Du kannst mal schneller werden, mal langsamer werden. Und achte einfach darauf, was macht welcher Arm, was macht welches Bein. Was ist dein Gefühl dabei in deinem ganzen Körper? Und du kannst dein Tempo verändern. Immer wenn du eine Pause brauchst, um das ein bisschen zu anstrengend wird, mach eine Pause. Du kannst auch die Art wie du rollst variieren. Du kannst deine Knie ranziehen, so wie am Anfang. Aber immer noch weiter mit dem Arm über Kopf. Dieses Überkopf-Fegen des Armes und die Bewegung bringt dich fast schon auf die andere Seite. Und du lässt einfach den Rest von dir mitgleiten. Ein richtig angenehmes Gefühl ist das, finde ich. Mach dann eine Pause, Arm und Beine ausgestreckt auf deiner Matte. Nach deiner Pause kommst du auf eine deiner Seiten. Welche Seite das ist, das entscheidest du. Was sich für dich angenehmer anfühlt und achte darauf, wie du jetzt auf diese Seite rollst. Und dann liegst du so ein bisschen in Fötus-Position da. Arme, Beine angewinkelt und Knie aufeinander, vielleicht die Hände aufeinander und du faltest dich ein bisschen in der Mitte. Dein Kopf geht ein bisschen Richtung Knie, Knie Richtung Kopf. Die müssen sich nicht berühren, aber so die grundsätzliche Richtung. Und dann gehst du wieder auseinander und das wiederholst du ein paar Mal. Und vielleicht kannst du die Bewegung ja aus der Mitte deines Rückens, aus deiner Wirbelsäule steuern. Dass gar nicht die Kraft irgendwie aus dem Nacken kommt oder aus den Armen und Beinen, sondern aus deiner Wirbelsäule. Aus dem mittleren Teil deiner Wirbelsäule. Die beugt und streckt sich und dein Arm und dein Kopf gehen einfach mit. Und du wirst mal größer und mal kleiner sozusagen. Naja, ein schönes Gefühl. Ich hoffe, du kannst dieses Gefühl finden. Und wenn du genug davon hast, kannst du entweder Schluss machen mit dem Video oder du rollst dich noch ein bisschen über die Matte und wie ein Baby erprobst du jede kleine Bewegung und genießt das noch ein wenig, diese Entspannung hier. Und rollst du von deiner Linken auf deine Rechte Seite und lässt dieses genussvolle Rollen ausklingen. Bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020